Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich habe heute etwas ganz, ganz Besonderes vor. Und zwar habe ich versucht, mit einer anderen Familie ein Restaurant zu kaufen, sodass es jetzt hier ein Restaurant gibt. Und sag bitte nicht, dass das jetzt kaputt ist. Oh nein, da müssen wir das auch noch reparieren. Auf jeden Fall will ich ein Date haben, was ja schon lange geplant war mit Nelly. Und schaltet gerne in mein anderes Video rein, in dem ich gerade Falafeln gemacht habe. Die stehen nämlich immer noch neben mir und ziehen gerade. Ich bin gespannt, ob daraus was wird. Ich glaube aber eher nicht. Die sehen nämlich gerade etwas komisch aus. So, können wir auch ein Date haben, um Verabredung bitten. So, so, so. Ich bin gespannt. Und wir machen das jetzt mit Satoru und nicht mehr mit dem anderen. Ich bin gespannt, ob das das wird oder nicht. Dann machen wir ein Date mit dem anderen. Ich will unbedingt in dieses Restaurant, weil es schon die ganze Zeit wollte. Und ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Okay, also wir reisen hier hin. Und hier ist das Restaurant von denen jetzt. Und ich bin gespannt, ob wir da jetzt auch essen gehen können, weil ich glaube, es wäre auf jeden Fall richtig cool. Und ich weiß nicht warum, aber ich bin gerade so unfassbar müde. Ich weiß nicht, warum ich so müde bin. Ich hasse es, müde zu sein. Und habt ihr bitte schon mal Kinderbongs gegessen? Ich habe es im letzten Video schon gesagt, aber Kinderbongs sind einfach so krass. Also ohne Witz. So, und wie ich es auch in jedem Video nochmal sage, vielen Dank für jeden neuen Abonnenten. Oder herzlich willkommen, dass du jetzt auch hier bei bist. Und oh mein Gott, warum haben wir nichts an? Wer bist du? Janik. Janik sieht auch nicht schlecht aus. Wir müssen uns hier nochmal ein bisschen... Wollen wir mal, die stehen schon wie so Rivalinnen hintereinander. Wer bist du? Und du? Du bist die Köchin. Nee, du bist die Köchin. Okay, wir ziehen uns jetzt erstmal um. Outfits. Outfit ändern. Und wir ziehen jetzt einfach das hier an. schon viel besser aus, die Schlappen. Und wir sagen jetzt erstmal... Ähm... Wir machen jetzt erstmal einen mutigen Anmarschspruch. So als... Hallo-Gedanke. Mit deinem Schuhe-Bahn, ne? Oh Mann, aber ich weiß nicht, ob die so gut zusammenpassen. Ich bin mir echt nicht sicher. Wer bist du jetzt? Bist du der von gerade? Echt? Empfangsher? Hm. Habe ich jetzt hier irgendwas verschoben? Okay, ich möchte mir das Restaurant erstmal angucken. Nee, du weißt es. Nee. Wo war denn der von gerade? Der hatte noch eine ganz andere Frisur. Hier sitzen schon welche. Das ist ja auch sehr... Oh süß, wir haben auch schon ein Date. Oh, guck mal. Das erinnert mich voll an... Warum geht das hier nicht? Das erinnert mich voll an so eine Serie. Das ist ja voll das. Wie super. Oh mein Gott. Wo wollen wir denn sitzen? Wollen wir hier sitzen? Vielleicht ist hier auch... Nee. Nee. Hä? Ich bin absolut verwischt, Mann. Ich bin... Wer... Wie jetzt steht der hier noch? Oder ist der einfach weg? Scheint der Zweck zu sein, ne? Egal. Wir bitten dann erstmal um einen Tisch. Ähm. Restaurant um Tisch bitten. So. Da freue ich mich jetzt auf jeden Fall schon mal drauf. Und ich gucke mal eben, was meine Falafel machen. Das Ding ist die Quelle halt nicht so richtig. Das ist kein richtiger Teig. Ich bin richtig... Ach, nicht so begeistert. Ja, okay. Wir wollen jetzt aber auch einen Tisch haben. Einen Tisch. Los. Los. Umgehen die nicht. Umgehen die nicht. Okay, einmal mit. Dann jetzt nochmal. Um Tisch. Geht's jetzt? Ja. Super. Super. Wann schließt das hier überhaupt? Weil wenn das jetzt gleich schon schließt, dann wär's absolut ein kompletter Fail. Ich hoffe nämlich nicht. Ich check immer noch nicht, wo die Person von vorhin war, Mann. Egal. Moment Gott, was macht unser Date da bitte? Ach so, ist was anderes an? Das sieht auf jeden Fall viel besser aus. Ähm. Oh, nein. 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 Hier ist jetzt nicht ernsthaft unser anderes... Wow. 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 Und wir haben jetzt mit dem anderen ein Date. Oh, ist das mies. Oh, ist das mies. Ah, wo ist der hier? Oh mein Gott. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Wow. Können wir jetzt hier schon direkt essen? Nein, wir sind anscheinend an dem Tisch. Gut. Gut, gut, gut. Oh, das ist kokett. Das ist süß. Okay, okay, okay. Ähm, warte. Ich muss erst mal gucken, was wir jetzt hier über Essen plauden. Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Ja, komm, wir plauden erst mal über Essen. Erst mal freundlich. Ich bitte nur Freunde zu sein. Boah. Das ist traurig. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Fragen wir mal nach dem Liebesleben. Warum können wir nicht über das Essen plaudern? Versteh ich nicht. Oder bin ich jetzt nur zu dumm? Ähm. Nee. Ja, egal. Dann machen wir jetzt erst mal so. Und wir können jetzt schon mal, ähm, für den Tisch bestellen. Du guckst zwar, aber wir haben das besser. Oh, Kuchen bringen. Oh, das ist auch cool. Das machen wir gleich auch. Oh, guck mal, hier ist eine kleine Tochter. Ja, süß. Die wird auf den Schraken passen. Was war denn? Was war jetzt bitte los? Was war das? Okay. Okay, okay. Wir beruhigen uns. Wir beruhigen uns. Okay. Du kriegst erst mal. Was holen wir denn jetzt? Ich finde es so cool, was es hier alles gibt. Ähm. Ich glaube, wir machen erst mal irgendwas mit Rotwein, oder? So ein bisschen. Komm, wir nehmen einfach für beide das Gleiche. Der sieht auf jeden Fall sehr kostspielig aus. Uh. Okay, wir haben es vor Speisen. Oh, das sieht auch sehr gut aus. Aber ich glaube, wir essen direkt eine Hauptspeise, oder? Sieht alles so krass aus. Wow. Hier, wir nehmen gleich einmal das für dich. Und das hier für dich. Und das für dich. Gesamtrechnung 490. Uh. Vielleicht übernimmt er das ja auch. Aber ich glaube, das ist gar nicht möglich. Ähm. Okay. Okay, wir müssen das jetzt hier nochmal ein bisschen. Bisschen. Retten. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir schaffen das. Ich bin sehr überzeugt. Noch einmal kurz ein Blick auf meine Falafeln. Warum ist der Teich denn so komisch? Der ist gar nicht so, wie ich den heute. Mann, wir brauchen da gleich mehr rein. Oh, wir haben heute 208 Simoleons nach Hause gebracht. Oh. Guck mal, flirten klappt doch schon mal. Dies klappt. ist das, äh, Monty. Huh? Buenos Sue. Hallo. Hallo. Was steht hier? What is today? Gefühle. Bisher haben sich noch keine Gefühle entwickelt. Fabri hat ein wenig Zeit. Und wartet ab. Was soll das denn heißen? Bula Shaka. Das ist alles eine Lübe. Warum sind wir jetzt selbst sicher und nicht mehr krokett? Das finde ich jetzt doof. Warum, wenn man flirte, dann küsst man sich doch nicht direkt. Also, wirf doch keinen Kuss zu. Das ist doch voll, das ist doch absolut komisch. Oh, ich bin gespannt. Oh, süß. Oh, guck mal, er ist auch richtig. Er freut sich voll. Händchen halten. Knudeln. Und ein Kuss auch. Jetzt gucke ich erst mal, ob... Oh, ist das schon unser Essen? Nee. Wollen wir es da jetzt essen? Wir könnten eigentlich jeden Tag uns hier satt essen. Es wird auch gehen. Ähm, ist jetzt hier unser... Oh mein Gott. Was ist das jetzt mit ihm? Ist ihm wir auch immer noch so... Ah, da sind wir schon in einer Beziehung. Moment. Moment. Gehen wir jetzt hier gerade jemanden fest? Totedum. Okay, nein. Nein, nein. Wir haben ihm nur ein bisschen falsche Hoffnung, glaube ich, gemacht. Ich glaube, mit dem guten Satoko, 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 verstehen wir uns ein bisschen besser. Und er ist auch Schauspieler und es passt super zu uns. Ähm, der Führerflüstern, fragen, ob es Sim Single ist, Anmarschspruch, und es ist so süß. Ich finde es, ich finde es klingt. Ähm, Küssen. Ja, wenn du nicht Single wärst, finde ich es jetzt auch ein bisschen komisch. Aha, gut. Das sieht jetzt gar nicht komisch aus. Guten Appetit. Guck mal, das sieht so schön aus. Was beschweren die sich jetzt hier ums Essen? Was soll das denn? Ich habe hier so süß ausgesucht. Guck mal, dieser Wein hat so... Der Wein war so teuer. Was wollt ihr denn jetzt? Okay, die müssen jetzt aber auch dabei essen. Was haben die bitte gegen das Essen? Ich gehe nie wieder mit euch essen. Ich schwöre. N-n. Das war... Was soll das? Oh mein Gott, haben wir irgendwie ein Merkmal, dass sie das nicht machen? Ich check es nicht. Ich check es nicht. Ohne Witz. Egal. Oh, wir können den auch fangen. Oh. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zufrieden. Ähm, ähm, ähm. Wir können ja gleich noch Kuchen bestellen. Vielleicht ist das dann besser. Hä? Ich wollte schon sagen, warum sitzen die nicht mehr? Können wir noch Kuchen bringen? Mehrstückige Torte, Schokokuchen, SimCity-Käsekuchen, Weiße Torte, Blau-Konfetti-Kuchen. Ich glaube, eine mehrstückige Torte, das wäre vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde es cool. Okay, kriegen wir die jetzt nicht? Ich will doch Kuchen bestellen. Was soll das? Ich check's nicht. Egal. Dann reden wir jetzt erst nochmal mit ihm. Machen wir nochmal ein Kompliment. Was soll das aussehen? Oh, das ist auch zu gut. Flirten. Oh, oh, oh. Wixern. Äh, okay. Führerisch flüstern. Oh, siehst du, guck mal, er hat das auch zurückgehaucht. Er ist inspirierend, aber es sind eigentlich beide nicht. Okay, jetzt mal, ich möchte Kuchen bestellen, Mann. Kuchen bringen, mehrstückige Torte. Sehr glücklich, ja süß. Das ist sehr süß. Ich wäre auch sehr glücklich, hätte ich ein wunderschönes Date. Ähm, ein Land übernacht zu bleiben, das ist interessant. Jetzt wird's interessant, jetzt wird's interessant. Wow, okay. In meinem Fall, dafür muss ich gleich auf jeden Fall Mehl machen. Das wird irgendwie gar nicht. Ich werde es irgendwie ein bisschen trauen. Ein Pyjama Party, das klingt toll. Oh, süß, 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 süß. Ähm, aber es ist hier auch irgendwie, es gibt's nicht mehr, oder? Wieso? So, wieso? Dann nochmal flirten. Nochmal flirten. Nochmal flirten. Warum muss ich jetzt auf Toilette? Ich bin... Ich bin... Überfordert. Okay. Ich glaube, wir fänden jetzt das Essen. Und fühlen uns zu Hause weiter. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal die Falafel weiter für das letzte Video. Das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Und, ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und tschaui! Okay. Vielen Dank.